Das kommt überraschend. Maite Kelly kündigt ihren TV-Rückzug an. Warum möchte die Sängerin vorerst nicht mehr im Fernsehen auftreten? In einem Instagram-Post dankt die Sängerin zunächst ihren Fans für die Unterstützung. Die positive Resonanz der letzten Tage ist überwältigend, schreibt sie in die Caption zu einem Foto, auf dem sie mit einer Gitarre zu sehen ist. In den letzten Jahren war es nicht einfach, alles auszuhalten, denn wir wurden durch Corona wirklich ausgebremst, erklärt Maite. Sie freut sich aber, dass sie viele Konzerte spielen sowie zwei Alben veröffentlichen konnte und Zeit für Herzensprojekte wie ein Kinderbuch hatte. Außerdem ist die Sängerin darüber glücklich, in der Giovanni Zarella-Show live singen zu dürfen. Es gelang mir auch in den letzten Jahren immer mehr, die Souveränität, die ich in den Live-Konzerten zeige, auch ins TV zu transportieren. Die 44-Jährige bedankt sich ebenfalls dafür, Teil der Schlagershows von Florian Silbereisen gewesen sein zu dürfen. Die Auftritte seien für sie unvergesslich. Trotzdem möchte sich Maite Kelly nun eine TV-Auszeit nehmen. Sie erklärt, dass sie Anfang 2025 ihre Tour startet und dann eine längere TV-Pause einlegen möchte. Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen, schreibt Maite. Allerdings verrät sie auch, Irgendwann tauche ich wieder auf, um euch zu überraschen und zu inspirieren. Ich habe noch so viel, was ich euch in Zukunft noch geben will und die Ideen sprühen schon jetzt, offenbart Maite. Die Schlagerfans dürfen also gespannt sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017